38. Kalenderwoche, Heiliger Januarius. Am 19. September feiert die Kirche immer das Fest des Heiligen Januarius. Gut, jetzt könnte man fragen, was macht ein Januarius im September? Ich erkläre es, und zwar mit der wunderbaren Geschichte über den Heiligen Januarius. An jedem 19. September ist der San Gennaro-Dom in Neapel bis auf den letzten Platz mit Gläubigen gefüllt, die mit dem versammelten Klerus im Chorraum innige Gebete wechseln. Über allem und allen liegt die gleiche große Erwartung. Der Bischof bittet den Heiligen um den Segen für seine Kathedrale und für seine Herde. Der Fischer um genügend Sardinen und Aale aus dem Tyrrhenischen Meer in seinem Netz. Der Hirte, der von seinen Weiden oben in den Bergen der Apenninen herabgestiegen ist, um Schutz für seine Schafe und Ziegen. Der Olivenhändler, der seinen Laben zugesperrt hat, um eine üppige Ernte. Und die Neapolitanerinnen, die am Fuß des Vesuvs wohnen und inständig beten, dass der Vulkan auch in diesem Jahr bis zum nächsten Fest des Heiligen nicht ausbrechen möge. Alle warten auf das gleiche große Wunder, schauen unverwandt auf den Altar. Auf dem steht in einer kostbaren silbernen Büste das Haupt des Heiligen Gennaro, also Januarius. Davor steht ein in Gold geschmiedetes Reliquiengefäß mit der Ampulle, die das Blut des Heiligen enthält. Die heiligen Legende erzählt, Januarius war Bischof von Neapel. In der großen Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian im Jahre 304 war er gefangen genommen und den hungrigen Löwen vor die Mäuler geworfen worden. Wie Kätzchen hatten sich die Bestien knurrend und schnurrend zu seinen Füßen niedergekauert. Da hat man ihn mit dem Schwert enthauptet. Kaum aber hatte der Henker den tödlichen Streich getan, als eine tapfere Christin herzueilte, um etwas von dem strömenden Blut des Bischofs in einem Glasgefäß aufzufangen. Eine kostbare Reliquie von dem Märtyrer, der für den Glauben sein Leben gegeben hatte. Es ist dieselbe Ampulle, die sich noch heute in dem goldenen Reliquiar befindet und die nun alle Aufmerksamkeit der Menschen im Dom auf sich konzentriert. Da, plötzlich, stocken die Gebete. Ein Augenblick lang herrscht atemlose Stille. Dann bricht ein Schrei auf, der die Gewölbe des Doms erschüttert. Mit dem Sturm aller ihrer Register setzt die Orgel ein. Dröhnend hallen die Glocken vom Turm und alle anderen in der Stadt, die von Santa Chiara, von San Domenico, von den vielen Marienkirschen, von allen Türmen Neapels stimmen ein. Jetzt zünden donnernd die Geschütze im Hafen und verkünden das große Wunder weit über Land und Meer. Im Dom wirft sich die Menschenmenge auf die Knie und singt das uralte Tedeum laudamus. Großer Gott, wir loben dich. Denn das alte, trockene Blut hat sich verflüssigt. Stopp, sagt hier der rationale Kritiker und Zeitgenosse. Das ist kein Wunder, das ist ein Trick. Jeder Chemiker kann bestätigen, was Stickstoff mit vertrockneten, verklumpten oder steifen Flüssigkeiten macht. Wird das Farb-, Geruch- und geschmacklose Gas einem geschlossenen Behälter zugeführt und bei passender Gelegenheit alles ein bisschen geschüttelt oder auch nur bewegt, wird das Trockene wieder flüssig. Irgendein frommer Schwindler wird schon im Mittelalter dem Blut in der Ampulle Stickstoff zugefügt haben und jedes Jahr am 19. September wird die Ampulle ja bewegt und dann großes Staunen, tam-tam, Hokuspokus Simsalabin, ein Trick. Natürlich ist es möglich, dass ein Schwindler genau dies getan hat im Mittelalter, Stickstoff in die Ampulle gegeben. Aber es ist auch möglich, dass es ein Wunder ist. Aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Das Entscheidende bei der Verehrung von Heiligen und Wundern ist, Menschen brauchen begreifbare, sinnliche Bilder, um ihren Glauben zu stärken. Und dieser Glaube besagt nichts anderes als, jeder Mensch ist unendlich mehr als nur ein Zellhaufen aus biochemischen Stoffen. Die ganze Welt ist unendlich mehr, als wir in unserem begrenzten Horizont wissen oder auch nur erahnen. Darum geht es. Darum geht es auch bei dem Wunder im Dom zu Neapel. Denn im Garten des Lebens sind diese Wunder Der schönste Dung, sagt der Bergische Jung.